Gut, dann danke an alle Rednerinnen des heutigen Abends, Rednerinnen und Redner. Danke an alle, die hierher gekommen sind. Danke an alle, die von zu Hause oder unterwegs aus zugehört oder zugeschaut haben. Und danke vor allem auch an das MetaLab, die uns wieder beherbergen heuer. Jawohl, Applaus. Jetzt ist wie immer noch freies Zusammen, Bierchen trinken, Marte-Tee trinken, es gibt Getränke im Nebenraum, es gibt noch ein paar Snacks, die wir mitgebracht haben. Der nächste Netzpad wäre planmäßig am 1. Februar, das ist auch wieder ein Donnerstag, also wir hoffen, dass da auch wieder Full House sein wird. Und nachdem wir jetzt hier fertig sind, würden wir noch alle bitten, bis hier mitzuhelfen beim Umbau, also die Stühle zurückzubringen, damit wir alles wieder hier in einen schönen Hackerspace verwandeln und da dann weiter gewerkelt werden kann, wenn wir weg sind. Dankeschön und noch einen schönen Abend und ein schönes neues Jahr euch allen. Ciao.